Hallo? 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 Du bist in der Großenberg. Ja, ja, jetzt geht's los. Das ist die Idee, du bist. Du bist in der Nähe. Bringst du mich auf? Du bist in der Nähe, Bruder. Au, au, au. Du bist in der Nähe. 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 Au, au, au. Du hast ja den Scheiß selber eingebrockt. So, guck mal. Alles verstehe ich. Ja, ja, jetzt geht's los. Jetzt kann ich ein bisschen weh tun. So, Herr Fantasius, jetzt mal ran an den Buletten. Verzeihung, Herr Gorgonzola, der hatte so viele Zähne, das nahm und nahm kein Ende. Herr Fantasius? Hallo? Hä? Frau Sch... Haben Sie hier... Also, haben Sie hier den nicht... den Fantasius reingelassen? Was soll das denn? Ach! Das ist eine Unverschämtheit. Ich bin ein Privatpatient. Mich einfach hier nicht zu behandeln. Ich hatte einen Termin. Aber, naja, es gibt eine andere Zahnärzte. Ne? Ich gehe. Was passiert? Ich tue hier und mache und arbeite mit dem Finger im Mund, sodass das Blut unter den fehlenden Fingern hervorspritzt. Aber Ihnen? Da weiß die rechte Hand nicht, was die Linke tut. Und umgekehrt, oder? Ja...